so weiter geht's ich bin ja wieder da wo ich hier die leute alle abfaktmäßig plattgemacht haben das ist ja praktisch so herr mit der knarre du drecksack nein du sollst sie nicht wegwerfen also ehrlich mal wird erst mal weg weil er keinen schuss verschwenden hier so macht man das noch 96 leben hahaha habt ihr gesehen wie das geht falsche richtung verdammt du sollst da erst mal so jetzt lässt sich anfallen hebt das scharfschützengewehr auf und die bankern so damit auch mal die pappern in der hand hast idiot und jetzt gucken wir noch mal was er drüben auf dem balkon ist vielleicht ist er hier doch noch irgendwas das gibt es auch mehrere wege das kann sich auf der wir müssen uns auch einfach sein in die eier da ist der typ hin in die eier noch einer in die eier noch einer lustig kommen sehr close traurig sein mann komm schon sei kein weiche sei kein weiche traurig sei mutig wo ist er denn hä ach hinterm feuer versteckt er sich die sau wo ich ihn nicht sehen kann natürlich und er trifft mich auch noch ach da verreckt doch dort ist mir doch egal ich guck erstmal unten nach vielleicht gibt es da ja irgendwas wichtiges soll er doch warten und ihr verschimmeln ist mir doch was mir doch egal so aber jetzt haben wir zumindest einen fluchtweg wir können einfach über die brüstung springen hier am balkon wo ich bleib erstmal hier mord heißt der typ mord oder meinst du hier wurde mord begangen hallo leute wann das für einer gewesen hier ha 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 ich krieg dich PAMS so sieht's aus wo kannst du jetzt her eigentlich bist du aus der Tür hier drüben gekommen oder wie ne ach was weiß ich ist immer sehr interessant wo die Leute alle so herkommen also ha 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 wo denn was denn wie denn wer denn warum denn PAMS wie du lebst noch what willst du mich verarschen oder was was zeig dich Wichser sag mal was sind denn hier alle so unflätig das gibt's ja gar nicht diese Sprache von der Jugend heutzutage also ehrlich mal ja wir haben uns früher sowas nicht erlaubt wir haben früher noch Ehre und Anstand gehabt und Respekt vor den Älteren oder so miau da ist die Mieti wieder shit jetzt hab ich bloß noch 56 leben das freut mich grad nicht so sehr naja mal schauen wie weit wir kommen damit so hier dürfte er jetzt eigentlich ja hier ist keiner mehr sehr gut sehr gut sehr gut gibt's denn auch irgendwas was hunde nö die können da bleiben wo sie sind aber wir können sie mal hallo wir können mal winken kuckuck hundis ja oh hier drüben der Gang sieht schön aus kuckuck uchidu chidu chidu naja was solls so dann gehen wir jetzt aber mal den richtigen Weg weiter und wollen uns mal den Gestalten weiter oben widmen mit unserer fetten Schrotflinte rödel rödel macht zum Hintergrund so jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen aufpassen hier nicht dass hier irgendwie gut ich könnte mal einen Speicherpunkt gebrauchen das wäre sehr geil muss ich mal so zugeben ist denn hier jetzt noch der eine der hatte doch bloß eine Pistole ich glaub der ist noch nicht vorbeigekommen wieder oder ich hab ihn nicht gesehen da ist er noch warte so machen wir das halt mal auf die Rambo Art und Weise wenn er sich schon so doof anstellt so die Knarren die müssen wir aber auch noch hier verwursten alle bitte das Messer Cold Detectives Special weiß ich nicht ob wir den schon aufgehoben hatten aber naja hat noch jemand was ne hat keiner mehr was für uns auch natürlich ist der Echse zu ach ja diese Mietze im Hintergrund ist aber auch anstrengend so ich hab irgendwie so ein bisschen Angst davor dass wieder jemand aus irgendeiner Zelle rausgekrochen kommt und uns hier mit der Schrotflinte in den Rücken schießt und dann darf ich alles nochmal machen so wie es immer ist eben das ist ja eigentlich das Schlimme an dem Spiel ansonsten ist es ja gar nicht so schlimm aber wenn man dann mal halt erschossen wird ne was hier schnell passieren kann dann darf man alles nochmal machen ok Freunde Freunde Besuch Hallo jemand da Hallo keiner gut Hallo hm ah wie schön nein nein schnell weg wo ist denn der das ist ja gemein wenn man an den Sunny Kasten geht dass er dann kommt guck guck hallo ach der hat jetzt einfach mal so ach ja ist klar genau komm schon du Schwein ok geht klar das hast du davon du wolltest dass ich komme du wolltest dass ich komme jemand hier nein nur der Buhmann im Schatten so auch keiner hier äh hh wo wo ist er ja wo ist er denn ja wo ist es denn ja wo ist es denn hallo hh da ist er das ist aber unfair kann ich ja durchschießen ich hoffe es einfach mal Geronimo! Ja, du bist ein Held! Du bist ein absoluter Held! Echt mal! Ist ja nicht zu fassen, ey! Ach! Die Typen sind immer solche Supermaner, die ja in Schuss in die Eier kriegen können und dann immer noch zielgerichtet mich abschießen und ich ich krieg hier von so einer billigen halbautomatischen... ne, nicht halbautomatisch, sondern so einen beschissenen Revolver, hier so eine kleine Minikugel ab und bin sofort kampfunfähig. Wer macht denn sowas? Hallo? Hallo? Ah! Da oben ist er! Ich trau mich nicht! Hallo? Scheiße! So! Oh! Ui! Quik! Wo ist denn der? Hinter welcher Säule verkriecht der sich denn? Da! Okay! Na dann! Du Sau! Du bist dran! Kommt! Und helft mir! Ha, ha, ha! Stirb! Stirb! Na, 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 na! Stirb! Für das letzte Mal! Frag mich wer hier stirbt! Ha! Ich zerquetsch dich wie einen Wurm! Du alter Sack! So! Jetzt aber! Jetzt bist du dran! Jetzt hole ich dich! Wenn ich sehe wo du bist! Da bist du! Oder? Bist du da? Du Horensohn! Guck! So, das war's für den! Ach, da oben! Das ist ja unfair! Na toll! Na toll! So ein Mist! Da mache ich es aber vielleicht mal doch mit der ... mit der kleinen hier. Da kann ich wenigstens zielen! So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hol dich! Wie viel hält denn der aus? Na, sag mal! Also, ehrlich mal, das ist ja... Wie viele Schüsse habe ich dem denn jetzt verpasst? Jetzt fällt er um, natürlich! Jetzt lade ich aber mal nach, dass es mir hier... Scheiße, ich habe bloß noch 19 Lebenspunkte. So eine Kacke! Ehrlich mal, so eine Kacke! Das gibt es doch gar nicht. Ist hier unten einer. Nicht, dass ich hier dann auch noch reinrenne. Wenn dann von hier einer kommt auf einmal. Hallo? Irgendein Bösi in Sicht? Hallo? Keine Bösis? Ich trau mich nicht. Bösis? Hallo? Ne, sieht nicht so aus, ne? Keine Bösi in Sicht. Keine Bösi in Sicht. Ha, 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 ha! Fickt euch doch! Verzeihung. Aber zu den Hunden gehe ich jetzt ganz sicher nicht. So, gehen wir erstmal hier hin. Und jetzt gucken wir erstmal, ob wir in dem Gang vielleicht was zum Heilen finden. Das wäre sehr geil. Zu, war klar. Zu, war klar. Lass mich raten. Zu? Na, so war es aber auch. Und zu. Ha, ha. Und ich darf mit 19 Lebenspunkten weiter das scheiß Treppenhaus hochkriechen. Na, super. Mann, 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 Mann. Na, dann auf ins Getümmel. Freunde! Der Papa ist da. Hallo? Hallo? Habt ihr mich besser? Was zum... Was tut ihr da oben? Das war meine Aufgabe. Dich mache ich kalt, du Sau. Ach, Schnauze halten. Das Tausengegur ist auch knüffig. Wo ist denn hier jemand? Mann, das ist doch shit hier. Wenn ich jetzt tot gemacht werde. Äh. Ha. Boah. Alter, jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein hier, Mann. Wie jetzt Messer und... Wo ist denn hier? Der hat doch gerade... Ach, hier. Ja, gib... Nimm... Ja, sehr gut. Puh. Das war gut, dass der so trottelig, Rambo-mäßig jetzt ankam hier. Ansonsten hätte es reichlich kritisch werden können. Und der andere scheint hier durchs Geländer gekracht zu sein. Ist mir auch recht eigentlich, wenn ich so recht bedenke. Wenn ich jetzt tot gemacht werde, aber dann werde ich zum Berserker. Ist da noch einer? Bitte lasst da keinen mehr sein. Ich will nicht, ich will nicht. Keiner? Keiner. Puh. Ich frage mich echt, wo die ganzen Assis herkommen. Also wirklich mal. Ist doch unglaublich. Ach, spiel gespeichert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da ist ein Boot kaputt. So wie ich das sehe. Ähm, da drüben? Ja, ist jetzt egal. Brauchen wir eh nicht mehr. Messer Mosinagant oder wie auch immer man das ausspricht. Äh, wie ziele ich denn eigentlich? Kann man das jemand sagen? Ich probiere mal alle Tasten durch hier. Ähm. Ja. Das. Nein. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin jetzt fast alle Tasten durch und ich habe noch keine gefunden, die mich zielen lässt. Ne, so nicht. Zielen. Du solltest nicht nachladen. Du solltest, ja super, jetzt haben wir aber auch noch fünf Schuss übrig. Ist ganz toll. Du solltest zielen. Junge, könntest du bitte mal, wie zielt man denn mit dem Schuss? Das sagt mir ja keiner. Leute, ich mache eine ganz kurze Pause. Das hat er ja sowieso gespeichert. Und schau mal nach, wie man erzielen kann. Und dann geht es sofort weiter und dann machen wir den Politiker platt. Bis gleich.